Der Informant muss mit den Mutanten zu Hause der GDI-Base in Kontakt zu machen. Use die Mutanten, um den Informanten zu beschützen und um die GDI-Patrollen zu eliminieren. Reinforcements werden, nachdem Sie hier den Radfahrtunnel haben. Use sie, um zu befinden und zu zerstören die Forschungsfassilie. Die Mutanten, natürlich, sind verwendbar. Bewege die Mutzung der GDI-Base in Kontakt zu machen. Schau mal! Ich habe diesen einen Mutanten. Ich komme noch kurz in den Skinn. Ich habe die Mutanten zuerst Kontakt. Ok... Kein Problem, Herr! Ja, Herr! Cooil, genau hier! diesen einen mutanten einfach nur zu einem gespacken ist natürlich cool jetzt nehmen wir das ghost talker geben können oder irgendwas irgendwas was richtig action macht er hat doch kaum erkundungsradius schon weg ich weiß nicht mehr wo süden ist ich sehe doch gar nicht wo hier irgendetwas ist ja wie weit südlich noch nach süden kann schießen hier müssen wir hier einfach ins landen oder kann dieses 1v1 gewinnen ich glaube nicht das war es einfach diesen ein lebenspunkt die bernfeld wäre besser kein problem ok da gehe ich das nächste mal nicht lang die schnauze in der nähe des örtlichen krankenhauses gefängnisse sein ok die stadt ist groß der kundensradio ist klein das wird interessant werden ah yes sir yes sir oh guck mal mutant supplies found easy jetzt und geht wenn man alarmlos ist da drin doch so viele truppen ich glaube das alte dm nach cool das heißt ich ziehe irgendwo drauf und die machen alles kaputt ich kann das ding kaum zerstören das dauert zumindest ewig pass auf das war es das ist was drin die einheit war da drin alles geht was ich hat cool das was auf jeden fall wert okay wir müssen jetzt im westlichen tunnel und da komplett alles kaputt machen okay großen aufwand das mit drei baggis klären können also ich werde so schnell gegangen macht ein bisschen hin nicht auch wieder dreimal tot so so und dafür gefällt es teilen sie läuft drüber komm schon hätte man nicht wenigstens sein die aus dem krankenhaus mitnehmen können einfach ein bisschen was zu heilen zu haben ach nee wo ist der tunnel oh das kannst du nicht schief gehen wenn ich da reinlaufe dann ist das letzte u-bis der krieg und alle zielen auf mich und ich sterbe rätte dich nein cool das war auf jeden fall ein erfolgreich wow cool noch mal spaß alter kriegst du einfach so nen titan schutz in die fresse komplett geil dieser status der dem stern machte fast gar nichts teilweise gibt es ränge ich glaube ein balken zwei balken und stern das höchste aber das macht die truppen wohl trotzdem nicht so viel besser ziemlich traurig ist dass man so ein truppe hält ein grenadier mit einer granate direkt ganz mutanten weg das ist nicht normal das ist nicht normal wie viele truppen verliert denn jetzt in das Ich würde schon wieder losfahren. Ich fasse es nicht. Okay, ich habe mich einfach an diesem Mal am öfterslichen Rand. Um nicht sinnlos von den Kinder hier zu laufen. Hallo. So weit, so gut. Okay. Ja, Sir. Kein Problem. Kein Problem. Der Titan muss leiden. Sir, ja, Sir. So ist jetzt alle zusammen. Mit ein bisschen Glück kriege ich direkt den Schuss in die Fresse. Na ja, so gut die laufen. Doch. RIP. Da oben wird's hier bei ihm. Kein Problem. Wie viel Leben haben wir noch? Okay. Da ist noch Sinn. Ja. Der Titan nicht. Das habe ich sowieso verloren. Uh. Was ist das denn schönes? Oh, hallo. Ich lebe da oben meine Basisbahn. Hallo, es kann helfen. Mach deinen Job. Oh. Boah. Wir sind nur schnell sterben die denn. Hier, ihr könnt helfen. Ich brauche auch gleich. Das ist selbst gut traurig. Alter, die Mutanten. Ich habe einfach... Was? Gar nichts drauf. Was? So ein Schädepanzer. Keine Ahnung. Puh. Alter. Tch. Ein Schädepanzer da macht einfach alles kaputt. Geil. Ah. 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 Das muss es unbedingt sein. Das ist nicht mein Schädepanzer aufmuckt. Ich hätte meine Basis einfach hier unten bauen sollen und mich nach oben hochgraben. Das hätte ich auch machen können. Ich bin nicht behindert. Ich hätte mich verschwinden, dass ich es halt nicht haben. Was ist denn das? So. In dem Paketensilo. Kraftwerk. So. Na komm, bau auf. Das passt. Neue Konstruktion Optionen. Bildung. Cool. Aber viel CBM habe ich ja nicht. Also ewig campen kann ich auf keinen Fall. Biotoxin Neuroi. Bildung. Oh. Hi. Ich finde den Weg. Finde ich gut. Konstruktion komplett. Kriege ich auch ein Radar oder so? Bildung. Nein, kriege ich nicht. Sogar das darf ich mir selber arbeiten. Ich habe ja nicht weiß Kaffee gebaut. Oh, was ist das? Jetzt habe ich es. Was dann kann ich damit direkt das Raketen zünden? Und wie verstehe ich das? Äh. Fahren die auch richtig? Werden die von der Infanterie gemobbt? Nein. Das ist schön. So, macht euer Ding. Passt schön. Wieso muss ich den Ding jetzt einnehmen? Ich meine wir haben die Kraftwerkzeuge vorher gehört. Ja. Ja. Das ist bestimmt kein. Konstruktion komplett. Neue Konstruktion Optionen. Bildung. Neue Konstruktion Optionen. Neue Optionen. Neue Optionen. Das ist aber noch nicht. Finde ist. Ich kann direkt die Akkaterer heraushauen. Ja. Da lass ich mich nicht von abhalten. es gibt so schön dass es da um es gibt hätte ich mal speichern als nichts treffe also es kommt zwischen am telefon was kann da schon schief gehen und habe ja auch mit europäer ketten spielen das wurde auch zeit Vorne war schon der ganze Trupp auf mich. Ja, Sir. Oh, Geil. Oh, 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 oh. Triff das doch auch irgendwas? Das war ein Erfolg. Hat sich eine Rakete gehabt oder was? Mehr nicht. Konstruktion komplett. Ich war eigentlich... Sind die Situation dafür da? Ich bin ganz einfach, dass ich die Raketen rumballern kann. Pass auf. Das lade ich noch mal. Das war jetzt nicht so geil. Wenn ich es nur einmal habe, dann sehe ich natürlich auf. Sicher, sicher. Ist ja verlockt, mich vorne mal reinzuschießen. Aber wenn es nicht ist, ist es nicht. Machst du nichts? Obwohl, wofür sollen wir sonst? Komm, was weg ist, ist weg. Nice. Einen geschützt von weniger. Und ein paar nervige Schwedepanzer. Das war es bestimmt mega wert. Und dann kommt hier so eine scheiß rpg. Wer von dritten Flitter auf. Konstruktion komplett. Nice. Okay. Und die drei von nerien sitzen wir jetzt mal richtig. Das sind schon wie viele Ärzte. Äh, Dude. Dude. Wohin. Konstruktion komplett. Machen wir das währenddreuten sammeln. Aber was ist bitte falsch? Neue Konstruktion options. Kannst du nicht wieder Menschen auch da oben? Puh. Geil. Hehehe. ich muss das übergeben da hoch zu gehen das hat schon was ich dachte das herr konnte nicht durch aber doch das platz so effektiv 200 cash ist gemacht 50 so frisch und von los mehr geld überhaupt nicht so was von das bessere kraftwerk bauen und mobile reparaturwerkstatt die hingegen ist gut dies wird gut das ist eine gute sachen not hat die mobile werkstatt insofern die sachen dann lang genug durchhalten das ist auch mal so eine sache die map ist moderat da passen viele einheiten in den norden das ist wahrscheinlich auf das herrn auslaufen und will ich das ipg werfen und fängt mich komplett auseinander da bin ich mit der saudi ok ich kann auch eine empfinde bauen ok und das text center gut das text center von nord ist die artillerie ist auch richtig neuer sind fast 1000 die artillerie ist richtig richtig gut die baue ich direkt zu bilden in der artillerie kann man so viel scheiße machen wenn man nur die aufklärung hat das wird gut das ist meine freunde baut schneller sammelt schneller das text center mesen fahrzeug die flammzungen die haben wir zur verfügung die flammzungen ist auch richtig gut das ist auch eine solide angriffstaktik das ist so wichtig ist kann man sich streiten ein großes kraftwerk und was dann passiert die artillerie hat den job schon gemacht ein bisschen weiter die wichtigsten gebäude stehen der reparaturwerkstatt die auch tausend kostet man hat ziemlich viel bullshit machen wie weit die rechtweite von dem ding ist das ist einfach mitnehmen kann das ist das ok bis ganz dahin reicht es nicht schade ist ja auch ein bisschen zu heftig ich hätte schon bock zu versuchen und seite teuer so teilweise zumindest wenn es auch genug die bärmfelder gibt jetzt noch kommt nicht brauchen kann ich auch nichts mehr auch eine rafinerie lohnt sich eh nicht das findet machen lassen das was gefunden ich habe keine leute doch die ein bisschen zu porten zumindest so ein bisschen und die werkstatt ein bisschen vor man gucken wir wirklich das sein wird der den pass scheiß ist das weg großartig dieses seiner case verfügung verschwendet ich bin so fast gar nicht spielen brauchen immer wieder wert die infanterie kann man schon gut verschwenden da kommt er der hält der schlacht das wird spannend oh mein gott was ja das ist aber doof fack jo jo auf nein 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 zieh mich auf oh mein gott was passiert hier 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 Ich hoffe, wir brauchen den Rest der Missionskinder hoch, ne? Wir müssen uns das Geld nach Virginia York geschenkt. Sehr ehrenwert. So eine Scheiße. Ja, ich lass dir noch was machen. Äh, ja. Was ist das für ein Weg? Wo können die kommen? Oh, hi. Da war noch ein Geschutzturm. Mega. So, 2 gegen 1. Nein! Geil, kann ich mich jetzt noch gar nicht wehren. Das heißt, die Mission ist an diesem Punkt zu Ende. Cool. Doch, die hier können es dagegen machen. Äh, nein. Ich glaube, die sind doch dieses Ziel an. Ich glaube, es gibt nichts anderes, das ich mich angreifen könnte. Äh, Leute, Geld? Oh, verdammt. Das ist nicht das Kino. Das ist nicht das Kino. Kann ich jetzt mal kurz runterladen? Äh, kann ich da nicht nach oben schießen? Nice Die landen einfach mal kurz Oh mein Gott Das ist natürlich auch Was? Teak könnte es schaffen? Ja komm, verkaufe es Das ist doch mega wert Warum gehen wir jetzt so auf den Sack? Das ist doch ein Witz Das ist ein KT Meine Güte Sinnlos Ja, nice Das heißt, diesen Trupp gibt es nicht oder was? Na stecken, Alter Na stecken Das ist doch Das dürfte nervig werden Das ist eine ganz zerfluchte Mission Und der scheiß Reparaturtyp hat sich bekommen, um das Gerüte zu reparieren Das ist schon ziemlich geil Im Prinzip ist das ist nur der ganze Beschützer-Trupp Für die Artillerie Das ist ein KT Das ist ein KT Das ist ein KT Geht auf Das ist ein KT Die Ewigzeit So Na jetzt der macht das Oh. Ich kann nicht mehr machen, wie er will. Was ist das hier? Wow. Ich weiß, das ist einfach so... so ein Büro-Moment. Ich kann nichts dagegen machen, was die hier abziehen. Wo kommen die überhaupt? Los, mach das jetzt! Das ist so ein Witz. Geil, ich habe jetzt auch keinen Zugriff mehr auf die Kaserne. Das ist nicht absolut hervorragend. Das heißt, es ist auch keine Luftabwehr mehr. Ja, rein f***ing gar nichts. Einfach nichts von denen in die Luft schließen kann. Oh. Sir. Proceeding. Engineering. Sir. Du hast es geschafft. Ich kann alles, was ich versuche zu nähern. Instant kill. Und das macht sich auf der Flucht gut. Da können auch so viele Truppen angelaufen kommen. Nice. Ich müsste halt... Irgendwem... Mal richtig gut erkunden können hier. Da würde sich Artillerie auf jeden Fall viel viel mehr lohnen. Es wäre so sick, wenn ich jetzt von der GDI den Bauauf einfach einnehme. Und mich von der Artillerie hochbaue. Na klar, f*** auf. Na klar, f*** auf. Mach den Ding. Oh. Der hat verkauft. Diese eine mutige Cyborg opfert sich. Oh, sch***, oh, sch***, oh, sch***. Bitte macht sich erst die Händlerkeit. So, bis dahin. Ja, Herr. Unite 20. Affirmative. Unite 20. Unite 20. Armlink. Ha, er verpiss sich. Geil. Der weiß hat keine Chance. Er weiß es genau. So, ich lasse Artillerie einfach ihren Job jetzt machen. Das würde schon gut gehen. Ha, ha, ha. Dieser Frau Post hat keine Chance. Hammer. Ja, Herr. Der wird so hart kaputt gemacht von der Artillerie. Ja, gut. So, komm, sch*** um das Ränder. Sir, ja, Herr. Und die Artillerie hier durfte ich für genießen. Das ist sicher passiert, diesen Bus. Sir. Geil. Ist bestimmt mega, mega wichtig, diesen Bus zu reparieren. Ich bin einfach von der Artillerie. Auf der Artillerie. Auf der Artillerie. So, weiter bitte. Lass mich einfach von selbst da drauf schießen. Ja, bereit für Aktion. Das ist besser, dass ich diesen schönen Umweg bei dir denken, dass die Sonne nicht rankommen. Nichts da. Unite bereit. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Unsuffizienter Beispiele. Ich hoffe, wir können irgendwie noch an Bauer auf rankommen. Obwohl die Kasernen... Nein, die Kasernen kann ich auch so. Das ist nicht so wichtig. Oh, eine Waffenfabrik, da würde ich schon nicht rein sagen. Die Kraftwerk sieht auch ganz gut aus, aber... Nicht so wichtig Ich stelle es auch wirklich genau da kein platz ist das ist so nice Okay, so viel Adrenalin braucht es aber auch nicht, glaube ich Ich würde mich gerne vielleicht mal ein bisschen sparen Für das was noch so kommt So, ich nehme jetzt mal diesen ganzen Drücken, lasst ihn ein bisschen vorfahren Ich weiß nicht, irgendwer aufbocken will, wenn ich meine Studenten anlaufe Die Reichweite dürfte nicht groß genug sein Na ja, guck mal, wir legen da schon los Ich will sagen was Sache ist Volle Silo Wer soll da nein sagen Oh, Titan Ah, der kommt nicht an Auf keinen Fall Oh, fass an Oh, fass an Okay, die müssen noch mal einen Bauhof haben Ist noch nicht so gut Haben die jetzt erst noch keinen Bauhof Ja, dann kann ich immerhin noch Ach Hätte ich doch die Katsache einnehmen sollen Ich mache auch dieses Silo jetzt Das klingt nach der Schlauesten Option Oh mein Gott Oh mein Gott Geil Ich habe Money Tja, sonst kann ich eigentlich alles kaputt machen Ich habe mich auf keinen Fall Ich habe mich auf keinen Fall Mit den paar Sachen, die ich habe Mit den paar Sachen, die ich habe Oh, drei Altsalerie Geschosse reichen eigentlich Habe ich noch ein paar mehr hier? Nein Ah, warum geht es auch gar nicht Oh, mehr Buggies Vielleicht Oh, ich versuche ihn schon wieder Oh nein Oh nein Da kommen die Fuck Ich kann nichts gegen die machen Abbauen, abbauen, abbauen Rückzug Ich brauche die Raketen Scheiße Das ist mich einfach so eine Fluginfanterie zum Rückzug zwingt Das ist schon Das ist schon ziemlich belastend Ich habe diesen Einschuss bekommen Das ist bestimmt mega gelohnt Das ist sowas Brauche ich eigentlich Kommen die jetzt bald? Ja So Raketen duzt dürfen Wir sind nicht nur Skription Kommen wir jetzt hier Titans entgegen Was, was soll das? Ich kann mich dagegen gerade so was für Müll werden Kommen wir aufbauen Nice Nicht Die Arzalerie Geschosse suchen sich immer die beste Position umzustehen Das ist total geil Unit ready Unit ready Unit ready Unit ready Unit ready Find Chinen Wir wachsen Trotzdem An Maschinen Linke Corona Sch BS Erscher Ich muss doch echt mega aufpassen Die Arzalerie Schoss Einfach in eine Anleute rein wenn es nicht hilft Ich würde ihm noch ein Gegenstücken. Ich baue einfach. Ich baue einfach was hin muss weiter. Man muss nicht. Unig bereit. Töne? Ja, Töne? So, ich nehme jetzt einfach alles, was ich habe. Oh, habe ich schon wieder was? Was soll denn die Scheiße? So, los jetzt. In da. Unitiative Ordner. Unitiative Ordner. Meine Güte. Unitiative Ordner. Auf meinem Weg. Ich hatte so Bock, diesen Sammler inzunehmen. Ich hatte wirklich so Bock da drauf. Oh mein, da ist doch groß die Bärenfeld. Easy. Unitiative Ordner. Unitiative Ordner. Kann ich den vielleicht ins den ausschalten? Ja, Sir. Brau dich auf. Brau dich auf. Brau dich auf. So. Unitiative Ordner. Das ist sehr aggressiv. Was schießen die zu sehen? So, ich bin sogar ganz mutig und schlägt ein bisschen mehr da rein. So viel dazu. Aufbauen, aufbauen. Aufbauen. Leute. Die haben auch jedes Mal Zeit. Was mit dem was jetzt ankommt. Oh, meine Granate. Das geht schon. So, lass den. Dann muss ich früh versterben. So, lass den. Dann muss ich früh versterben. Oh, das kommt gar nicht rein. Hier ist ein guter Zeitpunkt, die wir jetzt nicht einzunehmen. Na gut. Machen wir den Post. Dann sind wir kaputt. Ja, ich bin auf. Bereit. Bereit. Bereit für Aktion. Das gehört aber noch. Unitiative Ordner. So, man hat ziemlich einen Erfolg. Ja, gut zu fragen. So, ich habe noch mal eine Artillerie dabei. Sir, die Anrufe sind geöffnet. Nein, habe ich einfach nicht. Sinnlos. Das ist ja nicht so was für viel zu viel. So, ich bin mit drei Artillerie-Truppen. So, ich bin mit drei Artillerie und auf meinen Sieg Hofer. Ist schön. Vielen Dank. B diss. Ziemlich geil. Da. Da kommt sie. Artillerie. Ah, sehr lustig, was. Kann doch mal ein Scheiß machen. So kommen wir nicht voran. Dann prendre jetzt. StAND ich auf. So, jetzt aber. Alles fett da rein. Jetzt müssen wir aber gerade immer auf Kohli vor sichern. Äh, äh. Ich danke für den Menschen, die kommen zu nahe. Nix da. Ach, verriegt's nicht erst. Hier sagt man muss auch sinnlos leiden. Los habt ihr was. Einbalken. Na klar. Verschwendung. Absolut Verschwendung. So, noch mehr Artillerie, die ready ist. Oh, H2. Und ich bin jetzt mit dem Trupp. Ich bin mit dem ein bisschen schlau vorgehe. Nur so ein bisschen. Dann kann ich doch eigentlich nicht verlieren. Ach, wenn ich kaum vorankomme. Das ist wirklich traurig. So, ich muss es leider opfern. Das hat doch gar keine Wahl. Oh, der Atelier fährt aber auch relativ schnell. Schon ganz geil. So. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt für Schritt. Oh, 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 oh. Nicht gut. Okay. Nein, ich bin mit dem Brücke. Hm, hm. Ich freue mich auch bei, waren nicht nah genug dran. Ich bin mit dem Brücke da jetzt noch wegbomben. Kann ich euch schon machen. Ich muss mich vielleicht ein bisschen beeint und drüber gehen. Ich bin vorsichtig, die gente zu schlau. Herr, ich bin mit dem Brücke zu schläu. Ah, ich bin mit dem Brücke, die man zu schlau. Ja, die Poké wird sowas von Knapport gehen. Geil, jetzt darf ich mal einen Artifix suchen. Ich habe keine Ingenieure mehr. Fuck. Hauptsache, die schießen noch. Hauptsache, die schießen noch relativ viel. Es sind so viele Truppen. Alter. Insufficienten Fonds. Ja, ist gut. Ich habe verstanden. Alter. Ui, 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 ui. Wie ist die Schütztürme? Ohne jeden Grund. Aufbauen. Und wo kommen die ganzen siebenlosen Infanterie anhalten? Schau mal einer. Nach vorne mit dir. Und ich bin einfach nicht dran. Ich bin einfach so ein paar Infanterie Flieger wieder und verloren. Das wäre schon lustig. Und ich feiern auf jeden Fall. Unior. Ad 대ens. Unior. Ja, zu meinem Weg. Unior. Eingang nicht da Platz hin, denke ich. Ui, 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 ui. Das sieht gut aus. Muss ja nicht ein ganzes Druppe nach unten. On meiner Weg. Unior. wissen weiß ich auch nicht der arzt regiert durch schon ein plan ist das wirklich lohnt aber hey das heißt gar nichts jetzt habe ich noch dieses ganze backup zu mir habe ich denke bisschen kann ich sicher vorrücken dazu da war so scheiße gegen einfach auf seine ziele anscheinend gefunden Was ist das denn hier? Ist das schon eine ganze Basis oder was? Ich brauche mich selbst zu schießen. On my way. So ein Spießkrieg ist sowieso am allergeisten. Diese Art oder Infanterie ist einfach so sinnlos weggebombt. Das ist schon fast traurig. Wir werden versuchen ein bisschen umzugehen. Kein Bock um irgendwelchen sinnlosen Geschmack zu machen. Ich denke ja. Die Artillerie hat leider nicht stehen. Die Artillerie hat den meisten Radius für das Erkunden. Das ist leider so. Ich brauche etwas anderes zum Erkunden. Ach komm, bau auf. Du darfst. Wir müssen doch an irgendetwas dran sein. Irgendwas. Die Artillerie bekommen. Die Artillerie bekommen. Die Artillerie bekommen. Ja, Sir. Auf meinen Weg. Ja, Sir. Oh, ok. Fahr auf. Oh mein Gott. Orcas. Ja. Ja. Ja, Sir. Da mache ich natürlich nichts. Ja, eine Orca kann es nicht erlauben. Ich bin jetzt sinnlos. Ich muss mich wieder aufladen. Ja, Sir. Hier ist es. Ja, Sir. Hier ist es. Ja, Sir. Ich bin ein. 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 Was steht mit dem, was hier unten steht. Nur. 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 Überall noch. Ok, das läuft doch ganz gut. Stück für Stück, nach vorne. Oh, die Orcas, wo sind sie? Ah, kommt dann eine Orca? Dieses eine Torfisch ist schon so viel Schaden. Was soll das? Was soll das denn? Hier die dämliche Torfisch. Das ist schon um den Witz. Ja, Herr. Insufficienten Fonds. Ich verstehe fast eine halbe Armee rum. Ist ja geil. So, wer hat Bock? Oh, ich habe es gefunden. Oh, Mann. Die Orcas hat getriggert. Das ist nicht zu knapp. Los, Raketenwerfer. Ich glaube an euch. Nice. Und viel leichter als erwartet. Ich glaube an euch. Kann ich jetzt auch wieder rein fahren. Oh, Mann. Ich bin auf meiner Seite. Ich kann nicht hierher vertreten. Los. Abmarsch. Ich käme über den Weg zum Sieg. Das ist ja anscheinend auch ein Wert hier. Wie viele sinnlose Geschützturme stehen denn da rum? Ist das noch im Ernst? So viel kann ich doch gar nicht angehen. Das bisschen Artillerie hat die Ehre noch näher rangehen zu dir. Ist nicht irgendwo noch eine Artillerie? Ein bisschen was da hin. Ah, da ist noch einer. Okay, das dürfte es eigentlich tun. Stichwort fertig. Gerät erhalten, Gerät erhalten. Gerät erhalten, mit dem Weg. Gerät erhalten, mit dem Weg. Gerät erhalten, mit dem Weg. Gerät erhalten, über den Weg zu gehen. Super, eine Ausgabe. So, die Musik ändert sich schon. Da ist ja nichts passiert. Da ist ja langsam passiert. So, komm. Der ganze Trupp ist halt jetzt die Aache rein zu rennen. Das Tor ist immer kaputt. Let's go. Okay, let's go back. Ja, da tut sich was. Okay, komm rein da jetzt. Es ist an der Zeit dafür. Ich muss ihn jetzt aufzuräumen. Oh, hallo Strader-Panzer. Oh, vielleicht ist ein Strader-Panzer. Ja, Sir. Ich habe die Aache zu hören, was ist denn das alles kaputt bomben? Hammer. Insuffizienten Fälle. Ach so, Herr. Ich habe die anderen. Oh. Äh. Was? Ich habe die Tenten gerade böse gemacht? Sicher? Ich muss ihn ja damit zerstören, oder? Ich habe doch schon gewonnen. Wunderschöne. 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 Oh, los. Geht es ihm einfach. Wunderschöne! Ja, Wunderschöne. Das ist ja gar nicht so ein Wurmgeartsläger machen müssen. Geil. Das hat mich dann gelohnt. Geil. Keine Gnade, fließendlos. Geht man locker noch betäuben können. 40 Minuten für den Scheiß.